So, wir starten jetzt hier wieder schön im grünen Gegenwehr, lokalisiere die RDA-Fluhgeräte am Himmel. So, wir fangen jetzt ganz gemächlich einmal wieder an. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Avatar Frontiers of Pandora. Ja, wir haben in der letzten Folge unseren Ikran bekommen, unsere Tilly, sieh, wie wir sie getauft haben. Wir haben unseren kleinen blauen Ikran und wir haben uns beim Felsen bei der Insel des Geschichtenerzählers mit der Etua getroffen und wir sind jetzt bereit, die RDA anzugreifen und zur Gegenwehr anzusetzen und die King Lomot zu retten. Ihr habt mir geschrieben, dass mit den blöden Faserwurzeln, die kann man wirklich eigentlich aus jeder Ecke von oben, von unten, oben, unten, links, rechts, verschießen. Ich habe es immer noch nicht rausgekriegt. Wir werden mal gucken, ob ich es noch rauskriege, auch mit den Gesichtsbemalungen und mit der Frisur, dass wir die ändern können. Wahrscheinlich können wir das machen. Oh, oh. Bitte nicht angreifen. Nicht wieder. Vielleicht können wir das auch einfach beim Heimatbaum, bei den Verkäufern, bei den Händlern machen, bei denen, die wir kennengelernt haben, als wir da das erste Mal aufgeschlagen sind. Ich bin schon ein bisschen in die Richtung gegangen, der Quest. Wir müssen jetzt diese Fluggeräte einmal orten und wahrscheinlich mit Pfeil und Bogen abschießen. Wir haben ja einen richtig coolen neuen Stachelbogen bekommen, Königinstachel oder so, mit 40 Schaden. Wir werden uns wahrscheinlich im Laufe des Spieles auf jeden Fall noch bessere Waffen erarbeiten, denke ich, oder bekommen. Das ist gerade mal die Spitze des Eisbergs, glaube ich, aber ich bin trotzdem froh, weil so mit meinem 30- oder 32-Jahr-Bogen komme ich, glaube ich, auch langsam nicht mehr weit, weil die Gegner werden immer schwieriger und es sind immer mehr Horden, die da auftreten von der RDA, von den Exos, Kampf-Exos und... Die tollpatschige Sachen, tu es wieder mit am Start, wie ihr merkt, es ist wieder herrlich. Ist da etwas? Was ist da? Wieso kann ich mich nicht konzentrieren? Hä? Stimmt, ich kann meine Sinne nicht verwenden. Was ist hier los? Hä? Habe ich irgendwie einen Nebeneffekt von der Pflanze jetzt abbekommen? Oder was? Oder liegt das einfach daran, dass uns irgendwas hier stört? Da oben ist auch irgendwas los da. Sind das Drohnen? Sollen wir die Drohnen abschießen, oder was? Sind das diese... Oh nein, hier liegt ja auch schon wieder ein totes Tier. Äh, wo ist denn hier? Da ist der Kopf. Ich wollte gerade sagen, haben die den geköpft? Krieg ich schon wieder Horrorvorstellung. Soll ich vielleicht mal fliegen? Tilesi, helf mir mal bitte. Wir können doch bestimmt schießen, oder? Können wir schießen? Ja, ja! Priya, ich bin an einem dieser Flugdinger. Okay, ähm, da müsste was zum Scam sein. Sowas wie ein Bedienfeld? Das sollte die Stromquelle zeigen. Okay. Wenn wir hier landen. Okay, dann lass mal sehen, was wir hier haben. Nein, 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 nein. Nein, 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 das muss jetzt noch sein. Ich hab Daten geschickt. Empfange. Okay, bleibt dran. Die Daten zeigen die Energiequelle. Ist ganz nah. Wenn du die aufsteigst, zerstört doch den ganzen Verbund. Halt Abstand zur Explosion. Ja, okay. Wow! Da müssen wir als nächstes hin. Wir kriegen Gesellschaft. Ja, da sind sie schon, ne? Kacke. Motilisi. Ja! Oh, irgendwie, irgendwie hoch. Ich muss hier hoch irgendwie. Ich muss landen und du verschwindest jetzt. So, pass auf. Pass auf. Shit. Ah! Scheiße! Hallo! Oh Gott, kacke. Hör auf. Oh. Oh. Oh, Therese, bin ich in Sicherheit, bitte. Ich werde nervös, wenn du hier so... So, können wir weitermachen? Aber ich dachte, das waren zwei Helis. Was soll ich denn mal raufballern? Geschafft! Ballon vernichtet! Ja! Hey, Taylor, sieh dir das an! Was ist das? Oh, oh, das ist Radar-Wandgang. Das ist cool. Siehst du, wie das Signal hier verstärkt wird? Weil der Regenwald zu dicht ist. Ja! Hey, das Signal ist stark. Ja, ja! Ist das genug, um die Mondoberfläche zu durchdringen? Genau, ja. Es spürt sich ja alles Mögliche auf. Mineralvorkommen, Öl... Hey, damit suchen Sie bestimmt nach Brustellen. Daylan! Ein ganzes Netzwerk aus interagierenden Signalen. Daylan! Sag mir bitte einfach, ob das Signal schwächer wird. Okay? Oh, schon gut. Ich sag Bescheid. Es gibt zu viele davon, sogar außerhalb der Regenwald. Los, Delisi! Schalten wir so viele aus wie möglich. Daylan, hast du was? Das Signal ist immer noch stark. Das ist nicht wirklich ein Problem, oder? Es macht ja schließlich nichts Schlimmes. Es ist schlimmer, als es aussieht. Ich muss... Oh, okay. Die Technik dahinter ist aber ziemlich cool. Aber ich verstehe das. Er ist natürlich fasziniert davon, aber das ist trotzdem böse. Böse. Okay. Ja! Noch eins zerstört. Ja, Mann. Oh, oh. Die Geräte leiten das Signal ständig weiter. Du musst die Quelle ausschalten. Da hinten. Sieht so aus, als ob der Sender ganz in der Nähe ist. Die RDA-Basis bei den Steinsäulen. It does dort. Glaubst du, dass du gegen die Menschen dort kämpfen musst? Die... Ja! Ja! Hey! Oh, ich hasse das, weil das abgebrochen wird die ganze Zeit, die Dialoge. Warum passiert das? Was ist denn damit? Hier ist doch auch noch eine Basis, oder nicht? Oder müssen wir jetzt wahrscheinlich dahin, ne? Können wir der Kleinen mal was geben? Genieß es! Solange du kannst. Okay. Ja! Es sind überall diese schwebenden Plattformen, diese Basen. Aber... Sie sollen jetzt zu den Steinsäulen. Das ist ein Hammer-Ausblick hier von der Kleinen, ne? Von der kleinen, großen Tilisi. Die Musik ist auch so richtig kämpferisch. Ich liebe das ja, ne? Ich hab mir jetzt auch wieder den Soundtrack von Avatar Aufbruch nach Pandora angehört und jedes Mal Gänsehaut, ne? Ich liebe diesen Soundtrack. James Horner. Das ist so schade, dass der tot ist. Ich wusste gar nicht, dass der tot ist, James Horner. Der ist wohl in seinem eigenen Flugzeug, weil er auch selber geflogen ist irgendwie, wird vermutet, dass da das Flugzeug abgestürzt ist, dass er einen Unfall hatte. Und, äh, dass er da drin saß, als einziger. Und man hat ja seitdem nix von ihm gehört, also... Es ist so schade. Der hat so großartige Musik gemacht. Oh, oh, oh nein. Siehst du da unten? Und da oben? Nicht mehr lang. Das ist ihr letzter Flug. Heute werden wir es beenden. Ihre Asche wird den Himmel verdunkeln. Ich werde sie ablenken. Oh. Ich hoffe, das geht alles gut. Ich sehe schon wieder das nächste Unglück. Schalte die Bohrtürme ab, schließe die Wasserpipelines aus dem Köpfex ab. Ja, heck dich mal rein. Okay, wir müssen irgendwie jetzt da mal unbeobachtet erstmal reinkommen und die Leute hier erstmal wieder abschnetzeln. Kampfexos, das war nix. Was willst du? Oh Gott! Erinnerung, alle Waffen müssen täglich gereinigt werden. Die Zeugnisbein, kannst du machen? Du hast so recht. Ähm, ja, das war vielleicht nicht so schlau. Das war vielleicht nicht so schlau. Aha! Jetzt sind alle in der Narrenbereitschaft. Haben sie jetzt die Pferde verloren? Ich hoffe. Oh nein! Oh, ich sehe nichts. Alter! Holy shit! Boah, lalalalalala. Das war ein bisschen zu heftig. Was ist denn hier eigentlich? Kühlerfeuchtgebiet Titanator. Bremsmittelkorb. Eier! Extravagante Eier. Extravagante Eier, ja. Ich habe ja mal gesagt, dass Stealth-Angriffe belohnt werden. Die Frage ist, ob ich so gut Stealthen kann hier, wenn hier alle verteilt rumlaufen. Das ist ja die andere Frage. Ähm. Ich bin hier. Die, ich bin hier jetzt nicht. Entschuldigung an das Personal. Es gab vermehrt Meldungen im Kontrieren auf der Lösenrennig. Bleibt Wasser und Panzer auf euch auch. Ähm. 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 Warte, 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 warte. Okay. Das fehlt mir alles nicht. Ich würde ja am liebsten hier erstmal wieder aufräumen. Bevor mir irgendwas passiert, aber ich glaube, das ist mir nicht vergönnt. Nein, geh doch jetzt nicht weg, verdammt Dax. Dreck. Das ist ein schöner Raketenwerfer, den wir nicht haben. An das Personal, die Basis verzeichnen mechanische Zähler. Schickt Verstärkung sofort. Nein. Schickt keine Verstärkung. Finde ich nicht gut. Lass die Verstärkung einfach da, wo sie ist. Ah, lalala. Du musst die Generatoren und die Ölfunken ausschalten. Das ist alles? Ja. Oh, Moment. Siehst du außerhalb des Bereichs große Becken? Die sind mit der Hauptpumpstation verbunden und müssen auch zerstört werden. Ich versuch's. I'm trying. Die RDA hocken. Mit sich kannst du... Ja, ja, ich weiß. Mit sich kann ich hacken, aber... Die Frage ist... Oh nein. Nein. Okay. Wo ist sie denn? Ähm... Uh... Die sind ein paar Granaten hier mitnehmen und natürlich können sie nicht mitnehmen, weil uns ja irgendetwas voll ist. Ja, läuft. Ach, die aus mir. Aber schon. Die Reichweite von dem Ding ist aber auch nicht sehr klasse. Scheiße. Ich bin gleich tot, ich renge gleich in die Arme von dem Ding hier. Oh Mann, mach doch, mach doch einfach schnell. Heilig, Sicherheitslevel 4. Oh, das ist ein bisschen kniffliger, ne? Ohohohoho, nein. Nein, meine nicht. Scheiße. Nein, 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 nein Oh, komm schon. Das Ziel war gerade noch müde. Das ist nicht möglich. Ah! Hallo, wo schießt ihr überall? Kacke, schnell, beeil dich. Beeil dich doch. Aber es ist nicht so, wir müssen abwarten. Oh. Okay, kann ich irgendwas nehmen? Wow. Wow. Ich muss raus aus dem Damm. Komm her, Freunde. Situation gecleared. Lass mich mal ganz kurz was essen, bitte. kommen wir jetzt gerade kurz nichts aufnehmen war nichts aufnehmen war diese schleude rettet mir das leben manchmal ne oh m 69 so i'm an english speaking ich bin schon wieder albern das ist die anspannung leute ich rede blödsinn wenn ich angespannt bin ok ganz kurz noch mal herstellen wo wir jetzt gleich ins nächste gefecht stürzen obwohl kurz hier können wir auch mal was nehmen das sind die etwas härteren pfeile hoffentlich wenn wir jetzt gleich hier wieder das vergnügen haben um auf unsere campagnes zu treffen hier ist wieder erste hilfe ne sehr gut jetzt kommen wir hier gerufen das ist unsere letzte möglichkeit wenn wir hier auf den benzintank schießen oder gastank was das ist dann geht alles hier in die luft das ist unser letzter ausweg wenn wir hier umzingelt sind was passiert denn hier gerade oh mein gott hallo was zum die werfen granaten auf uns ne scheiße und hier ist unsere hier 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 Pff, was ist denn da? Okay, jetzt müssen wir bloß noch die Brottürme abschalten. Wisst ihr, was ich halt echt nervig finde? Wir haben jetzt schon viel Progress, wenn wir jetzt sterben, fangen wir dann komplett wieder von Null an, das wäre richtig blöd, das begrittle ich ein bisschen am Spiel. Ich weiß nicht, ob es so ist, das werden wir gleich sehen, ich hoffe, ich werde nicht sterben. Ich versuche hier schlau vorzugehen, strategisch. Oh, das dauert aber wirklich, so einen Außenposten zu räumen, oder? Das ist ja verrückt. Wir gehen jetzt erstmal hier runter. Okay. Sack um. Ah. Oh Gott, bitte 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 bitte. Schnell, 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 schnell. Ah, nirgendwo. Ich stecke nirgendwo. Wir kriegen richtig gute Waffen gerade. Mechanische Fehler, ja. Ihr seid alle ein Fehler. Ihr hättet niemals auf diese Monde hier kommen sollen. Das ist keine Ahnung. Du bist beschossen. Das ist richtig. Jetzt bist du da. So. Aufnehmen können wir gerade nichts weiter. Macht nichts. Oh, haben wir jetzt hier einen Raketenwerfer wieder gekriegt. Ich liebe es. Ja, Mann. Wir haben drei Schüsse. Geil. Das seht ihr jetzt gerade nicht, weil die Kamera das blockiert, aber da steht drei. Drei Raketen können wir abballern. Das sind, glaube ich, sind das hier unsere Letzten. Das machen wir gleich wieder. Erstmal hier unsere Aufgaben zu ermöglichen. Die Signale gehen mir aber auf. Zack, hier die Alarm. Töne. So. Bam. So. Okay, ist langgelegt. Das Signal ist immer noch stark. Zende den Sender. Ist vermutlich hoch oben. Überlad ihn. Das deaktiviert das Signal. Alles klar. Hecke die Antenne an der Spitze des Ausmaßens. Wir haben alles hier voll, 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 voll. Wir müssen nichts aufnehmen hier. Schade aber auch. Wo bist du? Da ist er. Okay. Schön, dich zu sehen, der Lisi. Der Lisi. Die sprechen das immer so weich aus, ne? Die Navi. Gut. Das wird jetzt wieder ungemütlich werden, oder? Ja, natürlich. Guck mal. Man muss doch schon wieder gesichtet. Scheiße. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Scheiße. Wo seid ihr denn? Oh, scheiß Dreck. Oh. Haben wir doch so viel Schwein? Ich werde ja bekloppt. Okay. Los geht's. Komm schon. Komm schon. Komm, 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 komm. Oder kann ich's nicht? Kann ich das nicht? Was soll ich tun? Wovor läuft's denn lang hier? Oh, hier. Was hätten? Ah. Okay, sorry. Noch irgendwo ein Knoten. Das klang vielversprechend. Ach, bitte sagt, was ist das jetzt wahr? Wow. 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 Ich unterschätze niemals ein Ekran. Etua, nein! Oh, nein! So heißt das... Oh Gott, bitte nicht. Nimm die Pferde von Etuas Ekran auf. Oh, scheiße. Die stirbt mir jetzt... Die stirbt mir jetzt weg, oder? Stirbt die mir jetzt weg? Oh, nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. I don't like that. Oh Gott, rein in die Gefahr, rein in die Gefahr, natürlich, klasse, hervorragend, verschmutzt, alles verschmutzt. Oh, es ist nicht gut, hier ist alles verschmutzt. Hier ist alles verschmutzt. Oh, was ist das? Was ist das? Oh! Ähm. Tilly, sie bitte hau ab. Hast du wohl mein Ekran in Ruhe? Oh, ich glaub's hakt. Hallo? Wah! Hallo? Scheiße. Warum kann ich mich denn schon wieder nicht heilen? Ich dachte, ich hab einen vollen Heilungsbeutel. Mann. Ist doch nicht wahr. Hallo? Oh. Hallo? Sonst geht's dir gut? Hä? Werde flankiert! Ja. Puh, ey. Interlässt du mir was? Mein Gott. Hier ist alles verschmutzt. Ich kann doch nicht mal meine Heilungsklanzen aufnehmen hier. Oh ne Kacke. So. Etua. Was ist jetzt mit Etua? Oh. Ich hab kein gutes Gefühl. Hä? Was ist denn los? Ja. Ja. Talus-Pferde. Es passiert hier gerade irgendwie nichts. Oh, das ist ja nicht so schön hier, ne? Nimm die Pferde von Etua's Ekran auf. Autsch! Ist das denn weit? Wo kommen wir näher? Hä? Hier war das doch gerade. Das klang verloren. Wie verloren? Ja, ich will ja auch nicht da rein. Nein. Oh, Etua! Oh nein. Ruhig, Dalo, ruhig. Etua, Etua, wach auf. Öffne die Augen, komm schon. Da, es hat geklappt, siehst du? Die Blüten öffnen sich, die Kinglor können wieder trinken. Bitte, ich, was kann ich denn tun? Was? Sprich mit Adana, Heolektan, Kanat im Heimatbaum. Ist das jetzt sein... Sie ist jetzt nicht tot, oder? Bitte sag mir nicht, dass sie jetzt tot ist. Die schläft jetzt nur. Die macht Schönheitsschlaf. Oh Gott, bitte. Oh, nee. Geschützt durch Flugabwehrtürme. Kann ich die irgendwie noch zerstören, oder? Boah. Scheiße. Müssen wir ihm jetzt sagen, dass seine Tochter tot ist? Die ist nicht tot, die schläft irgendwo da beim Außenposten. Brauchen Verstärkung. Ich weigere mich zu glauben, dass sie jetzt tot ist. Das ging mir zu schnell, Leute. Das ging mir zu schnell jetzt. Lasst es. Lasst deinen Pfeil fliegen. Was hat die Sarentou als Rettung? Sie hat behauptet, sie kann von den Waldgeistbürgern aus ins Wasser springen. Hä? Sie will dich auf den Schweif nehmen. Versammlungsraum. Oh, oh. Nivika, bitte. Hilf mir. Oh, oh. Etua ist verletzt. Versammle die Jäger. Wir fliegen sofort los. Etua. Wow. Du hast Schuld. Es war dein Plan. Vater, stopp. Stopp. Seht. Sie trinken wie der selbst. Was ist geschehen? Es waren die Himmelsmenschen mit ihren Flugmaschinen. Ihr seltsames Signal hat die Blüten verschlossen und die Kinglor aus ihren Nestern vertrieben. Nur die Sarentou hat mir geglaubt. Sie hat es gefunden und zerstört. Allein. Ich wollte es euch sagen, damit ihr mit mir kommt. Doch die Sarentou hat unsere Heimat gerettet. Genug. Etua hat recht. Es herrscht Krieg. Und Ewa schreit vor Schmerzen. Doch wir werden ihr Flehen nicht länger ignorieren. Etua und ich kämpfen an deiner Seite und führen unseren Clan zusammen. Jammer. Sie werden uns kein Leid mehr zufügen. Wir werden das Land und den Himmel von ihnen befreien. Für unsere Kinder. Und deren Kinder. Pandora wird frei sein. Entschuldigung. Ich war so mitgerissen. Was hab ich dir gesagt? Ich hab sofort an dich geglaubt. Ganz erwachsen. Bereit auch so auszusehen? Kriegerin des Volkes? Ja. Lasst alle Clans wissen, dass die Arana-He sich nicht vor dem Kampf scheuen. Hey, die Luftqualität wird zusehends besser. Alex sagt, es gibt nun mehr sichere Wege für wandernde Tiere. Wir haben sogar ältere Exemplare wiederentdeckt. Es tut gut, nicht noch ein von Menschen verursachtes Massensterben mitzuerleben. Unsere Daten belegen, dass es rund um das westliche Grenzgebiet grünt und blüht. Langsam aber sicher kehrt überall das Leben zurück. Ein neuer Haarstil? Ein Experiment mit meiner Seide. Siehst du die Farben? Steht dir gut? Du musst mir zeigen, wie du die Farben mischst. Uhuhuhu. Okay, Leute. Ich werde mir ein bisschen ausstrümmen, glaube ich. Ich bin aus dem Radarnetzwerk. Sie haben alles im Kinglorwald untersucht. Die Karte ist sehr detailliert. Man kann sogar ein paar Höhlen sehen. Wunderschön. Zeigt sie, wonach sie gesucht haben? Leider nicht. Nur grobe Daten. Vielleicht sind dort Mineralien. Und wann kommst du nach Hause? Almo möchte mit dir über unsere Navi-Freunde sprechen. Ich komme euch bald besuchen. Ja, wir kommen bald wieder, Priya. Keine Sorge. Oh, Mann. Das war ja wieder Ereignis-Reichfolge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich möchte so aussehen. Ich möchte so aussehen. Okay, wir brauchen hier Stufe 7 auf jeden Fall. Und Kanat ist... Ach, wie cool. Jetzt haben wir das Sterneband bekommen, ne? Das haben wir automatisch ausgerüstet. Finde ich gut. Finde ich gut. Ich glaube, ich werde mich jetzt offscreen noch mal ein bisschen reingucken hier. Ähm, Tilisi können wir auch ein bisschen verändern. Das ist gut. Und wir haben... ...Kanat dazu bewogen und überzeugt bekommen, dass es an der Zeit ist, zu den Waffen zu greifen. Die Navi sind ja sonst ein sehr friedliches Volk, aber die RDA, diese scheiß Himmelsmenschen, die zwingen uns ja dazu, Initiative zu ergreifen und zum Gegenschlag auszusetzen, auszusetzen, auszurichten. Wie sagt man? Vielleicht kann ich meine Frisur auch noch ein bisschen ändern. Ich werde jetzt noch mal kurz recherchieren, wie man das alles macht. Okay, Leute. Ich wollte mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und ich hoffe, es ist immer noch interessant mit zuzugucken, auch wenn ich viel, äh, viel cutte, viele langweilige Stellen, dass wir halt wirklich so eine gestraffte Story halt immer haben. Und, ähm, die Folgen sind halt auch immer sehr lang, deswegen kommt das immer bloß im Vier-Tage-Rhythmus, damit man das auch irgendwie schafft, dass das alles nicht so geballt ist. Katna führt mit stiller Kraft an. Alles wird gut werden. Es wird alles gut. Es wird alles gut, Leute. Wir treten der RDA früher oder später, oder John Mercer, in den Hintern. Die Natur schlägt zurück. Macht es gut. Ich jage nach Fleisch, nicht nach Himmelsmännchen. Äh, 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 äh. So. Haut rein, Leute. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020